Habe ich euch jemals die Geschichte erzählt, wie ich war, als ich im Verkauf gearbeitet habe? Ihr wisst alle, ich war jung und broke. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und da gab es einen Laden, der hieß Breuninger. Den gibt es bis heute. Breuninger. Breuninger. Da gehen die Bonze zum Nackau. Da gehen die Bonze einkaufen. Weißt du, da schlürfen die ein bisschen Austern in der Austernbar. Dringen Sekt, werden irgend so ein emigrierter Pianospieler, der schöne Musik zipfelt. Und da gehen halt so die Bonzen in Stuttgart, gehen da immer alle hin und dann kaufen die den Kindern die Tommilfigerhosen. Damit die ganze Stadt aussehen, als hätte eine einzige Person sie eingezogen. Fucking Normies. Egal. Auf jeden Fall war ich in Breuninger und ich habe einen Breuninger geschaffen. Beziehungsweise ich habe einen Job gebraucht, habe mich dann gesagt, okay, fuck it, dann arbeite ich halt in dem Laden. Und dann hat der Breuninger gesagt, ja, du wirst Springer, das heißt, du wechselst immer die Abteilung. Und da gibt es alle möglichen Abteilungen. Das ist wie im KDW, da gibt es Topfabteilungen. Da gibt es Schuhabteilungen, da gibt es Maurerabteilungen, es gibt wirklich alles da. Und als Springer wechselst du immer die Abteilungen. Also du bist nicht fest, sondern da, wo Bedarf ist, springt der Springer rein. In dem Springer, ich war dann der Springer. Aber dazu musste ich mir erstmal einen Anzug kaufen. Da habe ich mir einen Tag vorher gesagt, ja, du musst aber mit dem Anzug arbeiten. Ich natürlich keine Ahnung, was ein Anzug ist. Bin dann in die Anzugabteilung von Breuninger und habe mir erstmal 400 Euro, in meinem Leben habe ich nie wieder sowas Teures gekauft, einen Anzug gekauft. Der war viel zu groß, sah absolut scheiße aus. Aber ich habe mich erstmal wahrscheinlich von einem anderen Springer schlecht beraten lassen, weil die Springer natürlich keine Ahnung haben, weil die immer in anderen Abteilungen sind. Also bin ich am nächsten Tag zu meinem ersten Arbeitstag in Breuninger mit meinem viel zu großen 400 Euro Hugo Boss Anzug gekommen. Ich sah literally aus, wie drei Kinder, die aufeinander gestapelt, zur Arbeit kommen und sagen, hallo, wir arbeiten hier jetzt, wir sind Springer, Springer, Springer. So. Und dann kam ich mir erstmal ultra peinlich vor, weil dann natürlich da immer diese ganzen Bonzenkinder sind da mit ihren Mamas durchgelaufen. Und dann wurde ich so gefragt, ja, was ist denn das Besondere an diesem Polo? Es ist ein fucking Polohemd, okay? Es ist nichts Besonderes dran, es hat keine Fernbedienung oder so, fick dich. Auf jeden Fall war das schon überfordernd in der Textilabteilung. Aber dann kam es zu dem Punkt, dass man mich an einem Tag in die Kofferabteilung gesteckt hat. Und ich stand da wieder in meinem viel zu großen dummen Anzug rum und dann kommt natürlich eine Frau und fragt mich, ja, was ist denn mit der Funktionalität dieses Koffers und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass man als Springer nicht die geringste Ahnung davon hat. Und nachdem ich dann mehrfach gedemütigt gesagt habe, ja, der hat Rollen und so weiter und gemerkt habe, dass mir ein bisschen die Kompetenz fehlt, muss ich hiermit leider Selbstanzeige erstatten. Ich hoffe, niemand von Bräuninger hört zu. Ich habe mich die darauffolgenden Tage acht Stunden versteckt im Schrank. Ich habe, das ist nicht mein Joke, ich habe mich im Schrank versteckt. Ich bin nicht mehr auf die Verkaufsfläche rausgegangen. Ich habe mich eingecheckt und bin straight up in einen Schrank gelaufen. Weil draußen wurde ich nur blamiert, angeschrien und angekackt, dass ich keine Kompetenz habe. Und dann wurde ich gefeuert. Ja, dann wurde ich gefeuert. Das war mein erster Job. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier doch unseren Channel. Hier kommen jetzt jede Woche tolle Videos. Das war mein erster Job.